Arbeitsmarkt diversifiziert, der Fall Schenk und Schlossereck. Die drei Herren, die am Abend des 11. März 1883 im Extrazimmer des Schwarzen Adler im Wiener Vorort Rudolfsheim beisammensaßen, ließen es sich, wie zu sehen und zu hören war, gut gehen. Das Feinste aus Küche und Keller, was das traditionsreiche Gasthaus zu bieten hatte, war aufgefahren worden. Einen Anlass für diese fröhliche Feier gab es durchaus. Hugo Schenk, der Herr mit dem Schnauzbart, etwa 30, der in der Mitte saß und meist das Wort führte, hatte endlich, nach zwei schweren Jahren, seine Freiheit wieder. Vom Wiener Landesgericht war er wegen Betrugs- und Heiratsschwindels zu dieser Strafe verdonnert worden, die er, da es nicht die erste war, in voller Länge im Gefangenenhaus Stein an der Donau abzubüßen gehabt hatte. Heute entlassen war er von seinem Bruder Karl, das war der schmächtige Herr links, und dem Freund aus gemeinsamer Haft, dem 26 Jahre alten Maschinenschlosser Karl Schlossareck, rechts mit Vollbart, vom Bahnhof abgeholt worden. Schlossareck war schon seit zwei Monaten frei. Er hatte nur 22 Monate wegen Einbruchs abzusitzen gehabt. Eine Geldsendung in der nicht unbeträchtlichen Höhe von 200 Gulden, zur Verfügung gestellt von Hugo Schenks in mehreren lebender Ehefrau, sicherte den Erfolg des Abends. Aber nicht nur der fröhlichen Feierlichkeit sollte die Zusammenkunft gewidmet sein. Sie galt auch kommerziellen Zwecken. In der trauten Gemeinsamkeit der Zelle hatten Hugo Schenk und Karl Schlossareck einen Plan angedacht, der eine unfehlbare Methode zu dem so allgemein ersehnten Geschäftsprinzip »Möglichst wenig Einsatz, möglichst wenig Arbeit und größtmöglicher Gewinn« darstellte. Es mussten nur mehr die Details besprochen werden. Die Grundidee war einfach und klar. Erwerbsarbeit, die den Lebensunterhalt sichert, war und ist heute wieder ein seltenes und daher kostbares Gut. Was die Arbeitgeber natürlich auch damals schon wussten und entsprechend nützten, hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeit, aber auch in einem viel direkterem Weg. Für besonders lohnende, daher Vertrauensstellung genannte Anstellungen, forderte der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer eine Kaution in nicht unbeträchtlicher Höhe, meist im Umfang eines Halbjahreslohns. Sie verfiel bei Kündigung durch den Arbeitnehmer und sicherte damit die repressive, aber profitable Gestaltung des Arbeitsplatzes im Sinne des Arbeitgebers. Arbeitssuchende gab es viele, vor allem aber solche, die aus der ländlichen Provinz kamen, um in der Großstadt, Wien zum Beispiel, ihr Glück zu suchen. Kaum einer von diesen kannte die Stadt, viele verstanden die Sprache nicht, waren daher auf Hilfe angewiesen. Aber alle hatten sie Geld bei sich. Diese Tatsachenkombination bildete die Grundlage für die Geschäftsidee aus Stein. Man beschloss, ein privates Stellungsbüro, eine Arbeitsmarktservicestelle zu gründen. Die Aufgaben wurden definiert. Hugo Schenk, mit seiner Beretsamkeit, seinem gewinnenden und vertrauenserweckenden Wesen, das sich, siehe Vorstrafen, bereits bewährt hatte, übernahm die Kundenakquisition. Karl Schlossareck, Jünger und wegen seines Berufs mit entsprechender Körperkraft ausgestattet, sollte den operativen Teil, die Annahme und Einbringung der Geldmittel übernehmen. Für Bruder Karl, der als einziger nicht vorbestraft, sondern Arbeiter bei der Eisenbahn war und dem man daher weder körperliche noch geistige Leistungen zutraute, musste für einfache Dienstleistungen wie Botengänge zur Verfügung stehen. Das Startkapital, die 200 Gulden minus der Kosten des Anbahnungsabendessens, wurde dem Geschäftszweck entsprechend investiert. Als Erstausstattung besorgte Hugo Schenk einen Revolver und eine Sammlung scharfer Messer. Mit Hilfe seiner technischen Vorbildung, nach Abbruch der Mittelschule in Brünn hatte er eine technische Militärschule besucht, beschaffte er zusätzlich einschlägige Chemikalien, die am freien Markt aus guten Gründen nicht erhältlich waren, dem Chemiker mit eigener Firma aber ausgehändigt wurden, die Gifte Zyankali und Blausäure, beide in der Fotografie anwendbar, und das als Schlafmittel gebräuchliche Chloralhydrat. Damit wollte er ein Getränk brauen, das Schlossarecks Arbeit entscheidend erleichtern sollte und dem er daher den Projekttitel Bändiger gab. Um dieses Gebräu gebrauchssicher zu machen, bewies er vorbildliche Einsatzfreude. Die diversen Mixturen erprobte er mutig im Selbstversuch. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe True Crime – Krimiwelten von Henna Kotte und Christian Lunzer Gelesen von Klaus Fester Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit wahren Fällen der Kriminalgeschichte sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.truecrime.de bzw. www.krimiwelten.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören!